Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hat jemand von euch Golf with your friends? Ja. Nope. Ach, allweiß. Warum hast du denn nichts? Golf with your friends. Ich weiß es nicht. Meine Bibliothek umfasst wahrscheinlich, ich hab keine Ahnung, drei Spiele. Nein, eigentlich nicht, aber... Okay, dann spielen wir hier irgendwelche Sachen, die man über Remote spielen kann. Dann spiel doch mit Grey in der Runde Golf with. Geh erstmal aufs Klo. Genau. Ich wollte mir jetzt erstmal nochmal ganz schnell irgendwie was zwischen die Beißer drücken, aber... Mach das doch. Ja, gib mir mal zwei Sekunden. Der ist ja auch schon wieder um zwei. Der ist ja auch, mein Hirn... Das Hirn, das hat jetzt gerade vollgelitten. Hochleistung. Ich müde mich mal ein bisschen. Moment. Wie kann ich denn den Standby-Modus unterdrücken? Ich fühle mich mal ein bisschen. ____ Ich höre mich mal ein bisschen. Ich aber nicht, also schon wieder DJ damit Herg. Nüüüü. Nüüüü. Nüüüüü. 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 Nüüüüüü. Unwetterwarnung. Cool. Amtliche Warnung vor starkem Gewitter. Äh. Draußen scheint die Sonne. Ach, ich liebe solche tollen Meldungen. Vielen Dank. 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 Ray? Oh, ich habe gerade ein lustiges Spiel auf YouTube gefunden. Oh nein, nicht noch mehr lustige Spiele. Hey, wir wissen, wie viel das kostet. Oh, es kostet 3,90 Euro. Pico Park? Ja, das habe ich schon. Das hast du sogar. Das ist sogar auf meiner Challenge. Also wenn du das holst, ist es sehr gut. Sag mal, wann war das noch mal, wann hattest du deinen Stream? Oh, ich habe auch mein Handy. Irgendwas mit 19. Oder war das vom Wolf was? 19. Sag ich doch. 19. Sag ich doch. Ganz T. 19. Danke Kalender Stopp, ich höre dir zu Ich versuche meinen Kalender gerade zu überzeugen dass er da auch einen Namen zu eingibt Hatte ich jetzt einfach nur gesagt Ich muss uns ärgern, weil Punkt Team Fertig 9-3 Stunden werde ich sterben Ist auch cool, bei mir stehst du jetzt drin über 3 Tage mit einem 24-Stunden-Stream Sehr gut Pico Park ist schon mal auf der Wunschliste Es dürfte ja auch nicht groß sein Ja, 100 Megabyte Sollte es kommen Dann shoppe ich das fix und spiel mit Sehr gut Sehr gut, sehr gut Dann spielen wir jetzt eine Runde Golf is your friends Hey Golf Was kann schon schief gehen Mhm Oh, die Wetterwarnung wurde ausgedehnt Auf 14 Ich wünsche euch mal viel Spaß Ich werde jetzt nicht meinen Laptop hoch Und bralala Alles gut Das kriege ich nicht hin Ich versterbe hier Jetzt stell dich mal nicht so an Es ist ja fast, als ob du eine Männergrippe hast Hm Ja Das ist eine Frauengrippe, die ist schlimmer Nein Nichts geht über eine Männergrippe Ich könnte jetzt erzählen, wie mein Tag ist er verliebt Hm, du hast es mir schon geschildert Das möchte ich deinem Magen nicht zumuten Das habe ich Ich wurde heute Morgen schon zugemutet Das reicht Äh Das Nee, das wirst du nicht hinkriegen Dass mir das Essen vergeht Dafür habe ich zu viele komische andere Jobs schon gehabt Ja, das mag wohl sein Aber es muss trotzdem nicht sein Wollen wir nicht im Stream, bitte Wie stark die Wegen von den anderen Leuten sind Nein Wollen wir nicht Nein Nicht im Stream Was ist der Versuch? Was hat Wolf vor? Sag doch uns einen Raucherzähl Okay, nein, Wolf sagt, das waren bei ihm nur 36 Stunden Also ich muss 37 Stunden schaffen Ja, ich penne zwischendurch zweimal, dreimal Hm Ist ja noch ein Weichen hin Bis dahin kann ich vorschlafen Leider funktioniert das nicht Ah, nee, das funktioniert nicht Ich muss jetzt was essen, ich hatte jetzt Hunger So Das übernehme ich Zufällige Bahn Hm Workshop Hm Hm So Ray ist schon drin Ja Kommen wir nehmen mal das Theme Park Adventure Das hier klingt doch gut So Total Jetzt muss ich erstmal ganz kurz gucken Was meine Challenge war Für Golf is your friends Golf is your friends Ähm Ja Da steht 1 D4 Durch 2 Runden Spielen Und in einer Runde Top 3 Gut Wenn wir nur zu zweit spielen Ist das einfach Vielleicht muss nur 1 D4 Runden schaffen Ich brauche noch mal eine Erklärung Zu diesem D1489 Ähm Ja es ist ein Würfel Ein D4 Würfel ist ein Würfel mit 4 Seiten Ein D8 Würfel mit 8 Seiten Ah Ein D6 ist ein normaler Würfel Genau Wie du ihn wahrscheinlich schon kennst Das bedeutet Wenn dieses Spiel Äh Startfindet Also wenn dieses Spiel Durch ein Äh Glücksrad Was so aussieht Wenn du jetzt in den Stream guckst Dann läuft dir ein Glücksrad Hm Und das Glücksrad sagt mir dann ein Spiel an Zum Beispiel jetzt SnowRunner Ein Glücksei Oh SnowRunner ist auch ein tolles Spiel Und dann würde ein Würfel gewürfelt Entscheidet wie hoch meine Challenge ausfällt Außer Wenn man Die Würfel zinkt Und wenn die Würfel gezinkt sind Zeigen die maximale Augenzahl Ja Oh und wir werden viel zinken Ja Ihr mit euren riesen Zinken Ihr zinkt Ja Zinky zinky So Nichtsdestotrotz Warte ich jetzt einfach mal Um einfach mal ein Gefühl Für die Zeit zu haben Da ist irgendjemand noch mit reingekommen Das ist ja nicht schlimm Aber ja machen Ein Wolf Draußen wird's laut Wieso macht er einer Party? Ja Im Himmel Ah ja Das Zeus Es geht wieder Läuft wieder Amok im Himmel Oder Tor Oder wer auch immer Der Tor Da sind sie gestern Amok gelaufen Das war Fußball Hm Warte auf andere Spiele Keine Ahnung Okay wir rollen einfach los Warum auch immer Wir rollen alles weiter Äh Hätte man hüpfen sollen? Warum liege ich eigentlich da Und ihr da hinten? Keine Ahnung Warum hab ich schon wieder So ein scheiß Start? Okay da hinten ist das Ist das Ziel Muss mal live machen hier Ist ja verwirrend Ist deine Ist dein Ball eine Ente? Meine Mein Ball ist eine Taube Äh ok Findest du Booh No das war nicht gut Mit Gefühl Ich wurde geschlagen Aber ich bin drin Gefühl Was ist das denn? Naja nur ein Buoy Das ist in Ordnung Guck jetzt Grey noch ein bisschen zu Grey versucht da abzukürzen Wird hier verhauen Wird hier verhauen Und kommt wieder zurück Mistvieh What the fuck Wieso war das auf einmal so schnell? Weiß ich nicht Ah das ist ein Beschleunigungsstreifen Das war graue da Genau das da Ne Leider nicht Grey Ok also wenn Grey mitspielt Dann komm ich unter die Top 3 Aber können nur Greys bitte mitspielen Das große Problem ist Wenn Grey so lang braucht Läuft ja meine Zeit auch Willst du hin? Ja ich glaube Ich glaube ich muss Einmal kurz durchs Haus gehen Und die Fenster zu machen Ok Willst du deine Nachbarn Mit deinem Wutgeschrei nicht verärgern? Nein ey Bei ihm schüttet es doch Bei ihm Donner Und tut komische Sachen Wo lebst du ungefähr? 40 Kilometer nördlich von Hamburg Wow Ein Nordlicht Wie schön Ok der Wolf ist stark Der hat zwei Schläge gebraucht Ja der geht irgendwann weg Weil er zu lange warten muss Bis ich ins Loch komme 13 Uiuiui Kein Minigolfmeister Nein zu weit What the hell Wo bin ich? Warum bin ich? Wenn ja wie viele? Äh Ich glaube das ist schon eine andere Bahn Wo ihr gerade gelandet seid Ne ne das ist die richtige Bahn Ja Man hätte nur abkürzen können Wenn man es direkt getroffen hätte Haben wir aber nicht geschafft Ah okay Uiuiui Jetzt roll ich runter Keep rollin' 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 What? und dem wolf habe ich eine mitgegeben und nein ich bin im wasser das war zu kurz und ich bin wieder im wasser nein okay eine lässt sich zu ist viel zu schnell ein wunderschön okay wir haben gegen den anderen überhaupt keine chance ja wunderbar guck mal da sind doch da muss man rein okay und wieder da so man darf nicht da so schnell rüber hauen okay auch man hätte da in diesen in dieses person kommt rein gekonnt aber das haben wir nicht geschafft da war eine wand wandalier andale ein wander die naja ich bin drin alles gut aber das ist ja das wichtige wir spielen immer maps die ich nicht kenne immer neues dementsprechend kann ich nicht üben wie man sieht bin ich auch nicht gut also great macht ja nichts draus genauso schlecht wie du bin gerade von der ersten bahn ich bin gerade ausgegangen bist nicht wieder oben aha so war es gut ja ja nee nicht jetzt geht noch weiter und nein da muss man wieder fliegen ja aber du hast doch eine taube kann doch fliegen ja aber ich muss auch weit genug fliegen gut ging wow wo füge ich die gerade hin ja genau das ist die sache nein das war doch kurz ich bin ja gerade völlig abgezogen da oben yes ist ja auch ein jetpack ray achtung da bekommst du jetzt gleich ein jetpack mit maustaste fliegst du ja ja der andere ist echt gut unterwegs ne der ist hinter mir gewesen eben ja ja aber da ist er gerade recht gut geflogen ne das war ich ne ich gucke ja ihm zu naja bin drin hm hey ich habe mal die beste runde gemacht wir waren besser als wolf das ist gut ich habe keine ahnung was hier ist einfach mal drauf schauen wird schon passen oh jo ok ich kürze mal ab das war nicht gut war keine abkürzung doch war schon eine abkürzung aber ich bin schlecht jetzt komme ich nicht wieder rein äh hüpf äh mh ok ich kann von da aus nicht weiter machen ich komme nicht wieder ins spielfeld was soll denn der käs ok ist er reset ich habe keinen reset gemacht habe ich echt den reset vergessen einzustellen nicht controller habe ich den reset vergessen habe ich den reset vergessen zurück setzen r ok nein ich habe es vergessen zurück einzustellen mit dem rücksetzen ok ich versuche es da hinten äh oder ich keine ahnung wo ich rumfahre lass mich in frieden ok ich komme wahrscheinlich nicht mehr ins spielfeld hm wolf ist auch gerade völlig überfordert mit dem was er macht keine ahnung was er da hat ach der hat auch so einen bug dass er die ganze zeit zurück gesetzt wird ja ähm damit wäre ich der einzige der die runde abschließt wa ja muss ja auch mal sein oh ich bin jetzt hier drüben bin wieder auf einem spielfeld ne darf ich nicht ok versuch mal den weg oh ich bin wieder auf dem spielfeld jetzt bin ich wieder auf dem spielfeld yippie he he jemand kann mich aufhalten äh außer dieser weg nach draußen jetzt habe ich aber keine schläge mehr doch ich habe noch habe noch einen schlag der andere hat es aber auch geschafft mit elf irgendwie fast das war dumm flieg das war zu wenig flieg hat mir nicht ihr seid mit einem schlag da reingekommen nein du bist schon wieder auf meinen fersen nicht nicht gut passiert das war nicht gut das war doof das war gut sehr gut ich bin paar du bist auch paar wolf hat gut angefangen ne ja wolf hat gut angefangen und lässt jetzt nach lässt jetzt fehlen aber der hat genügend vorsprung das ist das schlimme obwohl gar nicht mehr so viele sind nur noch sieben da waren es nur noch sieben wo gehen wir jetzt hin ok das war dumm hätte einfach gerade ausschlagen sollen wo fliege ich denn jetzt hin da komme ich noch niemals vorbei ja super ich habe gelitten ich kann jetzt nicht mehr spielen und ich muss jetzt zwei schläge dafür ob man ehrlich gott was passierte da ok eine von diesen wänden die immer verschwinden naja super und jetzt wieder auftauchen da ist doch ein bisschen irgendwie klaucht sie nicht wieder auf ok daneben nicht und da runter das hat mich jetzt richtig viel schläge kostet neun schläge meine güte letzte position nein da geht einfach die klappe auf jetzt hat auch noch ein schlag gerechnet so jetzt bin ich drin oh mann fünf schläge hello grey grey lässt mich wieder ein bisschen rankommen danke ja bolf hat jetzt wieder richtig vorsprung äh was war das denn vermutlich der zentakel ok ok ich habe zwei das auch zwei holf wahrscheinlich auch alle zwei eine nullrunde aber trotzdem elf schläge vorsprung zu dir und über mich reden wir gar nicht und über mich reden wir gar nicht ok nein warum na gut ich glaube das wird ein bisschen mehr bei mir ich glaube das wird ein bisschen mehr bei mir boah er kürzt komplett ab ja gut das könnten bei ihm jetzt drei werden ja das wären drei bei ihm ray hängt noch ein bisschen im baum ja mach ich vier auf dich wenigstens gut auf ihn haben wir noch einen verloren bin wieder in führung also vor dir nicht in führung führung so das war doof was denn haben wir no moooo war auch kein glück grad ich auch nicht ich hüpfe die ganze zeit an die falschen ecken es ist nicht die bahn die wir brauchen ach nö jetzt hat mich der hammer raus gehauen komm hammer geh runter boah wieder so viele schläge ah punkt gleich ray guck mal was dabei rauskommt immer dann oh gut da hätte ich jetzt volle power geben können ehrlich war gut zu wissen na vielleicht nicht gerade volle power nicht das war zu viel ne gut einen habe ich zumindest gut gemacht auf den wolf und zwei auf dich trink mal was ja ich trinke mal was saufi saufi alles gut oh viel zu weit viel zu weit viel zu weit nicht zu vor nicht mit voller kanne haben wir gerade gelernt oh das wäre das loch gewesen da wäre ihr loch gewesen ja es geht wieder fliege fliege dann fliege ich dir mal hinterher da erstmal gehts scrollen öhm ok legen wir alle da wo müssen wir hin ok er will nach da dann gehen wir auch mal nach da Er ist zu schwach. Gut. Ach so, toll. Nein, zu stark. Ja, 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 ja. Wo bist du denn? Ah, du bist da rübergegangen. Du bist auf der ganze Zeit in einem Map gewesen. Ist ja auch nicht schlecht. Boing, boing, boing. Wirst du ein bisschen stärker schlagen dürfen. Na gut, zwei. Ray auch zwei. Ne, Ray drei. Aha. Auf die Kante. Auf die Kante fertig los. Aber gegen, gegen uns. Bei uns muss er keine Angst mehr haben. No. Oh, das ist viel zu weit gewesen. Oh, war das viel zu weit. Nice. No, es hat mich rausgedüngelt. Oh, ist das fies. Okay. Hm, Wolf springt sich da durch. Wolf, Wolf. Boah, der Lauf. Okay. Hat aber wie ich fünf gebraucht. Du hast nur drei gebraucht. Was? Ausdrucksweise mal. Wo ist mein Netzwerkadapter? Da ist er. Oh, zu schwach. Nicht hier unten. Wo muss ich hin? Oh nein. Das wäre gut gewesen. Oh, das war wirklich gut. Oh. Hallo. Hallo, Hutz. Hallo. Wo müssen wir hin? Da ist ein Loch. Direkt vor uns. Wo geht es? Oh, das ist ohne Rückwand. Ja, und O3. Yay. Okay, keine Ahnung, wo wir hin müssen. Sagen wir mal wieder so. Okay. Ich bin ins erste Loch gefallen. Das sieht nicht gut aus. Keine Ahnung, wir gucken mal. Ich bin genau vor das zweite gefallen. Okay, das war doof. Hätte mehr Schwung gebraucht. Gott, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich auch noch nicht ganz. Ah doch, da ist es. Ich habe das Ziel gefunden. Ich bin mit fünf drin. Oh, ich liege denkbar bespissen. Wolf ist mit vier drin. Natürlich. Sie haben einen Pfosten geküsst. Ja, außenrum. Im zweites Fall. Ja. Nein. Also im Endeffekt, eine Runde hat uns jetzt, eine Runde war fast eine halbe Stunde. Ich würde aber sagen, wir mal noch eine. Einfach aus Spaß. Einfach aus Zwischenwurf. Es ist immer noch Baba is you eingestellt bei dir. Oh, du hast absolut recht. Dankeschön. Wolf is your friends. Das ist da. So, dann machen wir nochmal ein Render Map. Ich habe eine schwarze Mütze gekriegt. Oh. Sonic und Knuckles. Wie machen wir das hier? Oh Gott. Sehr viele Loopings. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Sonic hatte immer Loopings. So, mal gucken, ob ich es jetzt schon spielen kann. Da ist Lumi weg. Wieso? Warum? Keine Ahnung. Ist einfach aus dem Discord gegangen. Ja. Die mag uns nicht mehr. Ja, das kann passieren. Kann sie irgendwie nicht laden. Warum kann ich die nicht laden? Ah ja, hier jetzt. Sonic und Knuckles. So, ich muss aber hier nochmal was ändern. Ich muss das mit dem Zurücksetzen. Einlassen. Letztes Spiel soll ich den Spring zulassen. Balle fehl. Schlag Wiederholungsmodus. Vom letzten Schlag. Vom Anfang. Vom letzten Schlag. So. Gut. Au. Aua, aua, aua. Verletzung. Das ist in Ordnung. Verletzigung. Welchen Ball nehme ich denn? Gott, er, ja. Nehme ich den da. Na ja, wenn ihr da weiterspielt, braucht ihr mich doch nicht. Ja, aktuell noch nicht. So, warten wir noch einen Moment. Vielleicht kommen hier noch ein paar Spieler. Aber, aber seelische Unterstützung. Das ist richtig. Dann kommen wir spielen. Sind wir nur zu zweit. Da sind wir wieder dabei. Sonic und Knuckles. Okay. Oh Gott. Was hast du uns hier gemacht? Oh, Herrgott. Oh, oh Gott. Wo bin ich hin? Oh, der sieht gar nicht schlecht aus. Ja, da ist, äh. Ist auf jeden Fall ein Ziel in der Nähe. Aber, ich hab's nicht getroffen. Drei. Fast. Ja, du hast da ein Looping vor dir. Doch, wir brauchen dich immer, Lumi. Hast du schön gesagt, Alweiß. So. Äh, wo wird's lang? Denke mal nach da. Oh nein! Man muss von Insel zu Insel hüpfen. Nicht, Herr Ernst. Immer noch zu kurz. Das kann schon schief gehen. Okay. Nein, immer noch zu kurz. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Nach da? Oh, 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 oh. Ui, Glück gehabt. Oh Gott. Da muss ich mal ganz oben hin, Alter. Wahrscheinlich. Wie? Ja, du hast auf jeden Fall weniger gebraucht als ich. Ja, aber. Ja, aber hin. Ich hätte echt Bock, aber ich, äh. Was? Aber ich fluchen und lachen, etc. So viel und gerne bei dem Spiel, das würde mir aber direkt wieder auf den Hals schlagen. Jammer, 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 jammer. Ja, kann ich leider jetzt nicht ändern, Lumi, tut mir leid. Hoffen wir dann, dass es zum Challenge Stream besser ist. Oh Gott. Da werde ich, wird das Spiel ja auch dran kommen. Komm, hüpf noch ein bisschen. Ah, komm runter. Und jetzt? Wo will ich hin? Und das Bäumchen. Was? Und das Bäumchen? Oder in das Bäumchen? Oh, in das Bäumchen. Oh, super. Bin hängen geblieben. Okay. Und dann kommt ein Teleport. Auch noch. Ah, und dann da unten drunter ist es. Perfekt. Äh, Ray, was machst du da? Ähm. Äh, was noch immer passiert ist? Und wo auch immer du gerade bist, du bist nicht in dem Loch, in dem ich war. Ich hab keine Ahnung. Gray macht immer komische Sachen. Probe bitte kein Mitleid von dir, Süßer. Vielleicht zuschauen, macht mir auch Spaß. Okay. Okay, wir sind im Wasser. Und, äh, sind immer noch im Wasser. Und jetzt nicht mehr. Poing. Oh. Das hast du gut getroffen. War auch nur... No, bla bla. Mann! Wem sagst du das? Wie soll das denn funktionieren? Ich weiß es gerade nicht. Der Zweifel ist schon am Anfang. Ich komm da nicht hoch. Ah, jetzt. Okay. Looping. 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 Äh. Oder auch nicht Looping? Looping. Nein! Ich war beinahe im Ziel. Okay, ich bin im Ziel. Wo ist Gray? Aber Gray ist schon im Ziel. Verdammt. Ja. Wir sind gleich auf. Verdammt. Äh. 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 Sieht aus wie ein Flipper. Ich wollte gerade sagen. Das, äh. Ich bin noch da. Äh. Äh. Wo bin ich jetzt? Äh, ich nehme den da. Gucken. Ich spiele gerade gegen Kämpfen. Ich kämpfe gerade gegen Spitzen. Ich bin auf der anderen Seite. Und komm gegen eine Röhre. Und komm wieder runter. Hm. Das ist nicht da, wo wir hinwollen. Ja, ich glaube ich fall auch. Schieße ich mal nach da. Äh. Okay. Ich habe halt keine Ahnung, wo das Ziel ist. Äh, ich bin wie der Original am Anfang. Ich bin noch nicht. Oh, ich bin glaube ich draußen. Ich bin dahin, wo ich hin muss. Oh ja. Ich bin, ich bin im Ziel. Okay, Gray. Ah, ich weiß, wo du bist. Äh. Ne, ich weiß nicht, wo du bist. Wo bist du denn? Ach, du bist aber auch jetzt da. Du hast sogar einen weniger gebraucht als ich. Du Sack. Äh. Außerdem wird es dann beim 24 Stunden Streamen lustig, wenn Gray und ich uns wieder unseren eigenen Kampf liefern, weil wir beide so schlecht sind. Also aktuell ist Gray besser als ich. Ich bin wieder da. Wer noch? Oh nein, ich bin wieder rausgeflogen. Ja, ich auch. Ähm. Äh, so funktioniert es nicht. Das sieht gut aus. Das sah nicht gut aus. Sollen wir nochmal so? Das sah auch nicht gut aus. Oh ja, das ist ein super Level hier, habe ich ausgesucht. Okay, das war gut. Man könnte auch Black Mesa dazu sagen. Ich bin unter der Bahn. Unter der Bahn? Ne. Ah, die Kamera ist einfach nur im Eimer. Okay. Ich werde jetzt gerade nach oben transportiert. Jep. Förderstecke nach oben. Genau. Ich auch. Aber ich habe schon so viele Schläge verballert. Äh, ich habe acht. Oh, ich habe sieben. Dann habe ich einen weniger als du. Ich bin begeistert. Okay, ich bin jetzt hier draußen. Hallo Gray. Ja, ho. Ab in die. Ihr, ihr, ne, ihr, ja, ja. Ich musste noch einen Schlag verkäuten dafür. Das ist sehr gut. Aber ich bin wieder eine Einführung. Äh, da runter? So, da runter ist gut. Oh, nein. Das war dumm. Äh, oh, butch. Einmal Platsch. Ja, ja, ja. Nein. Nochmal Platsch. Das ist doch der Robotnik. Oh, nö. Jetzt ist es zu kurz. Wo ist doch der Robotnik? Da, wo ich eben runtergefallen bin. Okay, jetzt habe ich es. Ups. Kurz. 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 Was, da war es. Ich mache jetzt einfach volle Kanne. Nein, das war auch dumm. Ja, volle Kanne funktioniert nicht. Aber warum nicht? Oh Gott, mir gehen gleich die Schläge aus. Und ich bin immer noch nicht da. Ach, fuck. Warum? Warum bin ich da jetzt rausgeflogen? Ach, da ist er. Ich habe ihn gesehen. Sein Doktor. Sein Doktor Chivago. Oh, da ist es. Ich sehe es. Ich sehe es. Boah, wie soll man denn da hochkommen? Einfach reinschießen. Ach wie? Ehrlich? Ja. Ich habe sogar beinahe zu wenig geschossen, weil ich dachte, man muss da oben rein. Okay, wir fliegen hier durch eine Wildwasser-Tour. Ab durch die Bobbahn. Wir Bobbahnen uns den Weg. Ich frage mich immer, wie lange Leute an sowas bauen. Ich frage mich, wie lange die an sowas testen. Ja, das auch. Und bei einigen Bahnen habe ich das Gefühl, sie testen gar nicht. Auch. Auch das. Es gibt da auch noch einen Weg. Gehst du runter oder gehst du hoch? Ich habe keine Ahnung. Guck mal nach oben. Ich habe gerade mir meine Dose aus der Tasche geholt. Oh, das war dumm. Oh, da ist jemand wach geworden. Wer denn? Nein! Keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich bin irgendwo unten. Ich bin wieder auf einer Bobbahn. Sei froh. Ich bin unter dem Ziel. Auch nicht besser. Oh. Die Bobbahn ging ins Ziel. Sehr schön. Meine nicht. Ich muss noch kämpfen. Ich muss noch hier rein. Das ist gut. Mach mal ruhig ein paar mehr Schläge. Ja, das werden einige Schläge jetzt werden. Wenn ich da drin bin. Das ist schön. Nein! In das Ding bin ich nämlich von oben einfach reingefallen. Du Glückspilz? Ja. Jetzt bin ich da. Bist du hier so diese Bobbahn hier gefahren einfach? Ja. Bist du unten rum? Ja. Ah, da wäre ich mal unten rum gefahren. Ich bin oben rum. Einfach eine dumme Idee, oben rumzufahren. Hui. Und runter geht's. Ja. 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 Oh, 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 oh. Ihr Glück gehabt. What the fuck? Ich weiß noch nicht, wo wir hin. Aber wo wir hin? Erst mal auf die andere Plattform. Dann gucken wir mal weiter. Da ist eine Plattform? Oh, da ist eine Plattform. Und jetzt? Ach Gott, auf den Stein da hinten Der da hinten? Ja, der da angewinkelt ist Auf den da? Nee, da kommen wir nicht hin Doch Was? Komm doch nicht hin Oder in die andere Richtung, nee Du willst doch in die Richtung Ach, jetzt geh ich's Meiner Reihe, bei dem ging's bei mir nicht Das gemeint ist nur Ich bin hier eben in dem Lavaloch gefallen Ah Okay, hier geht's weiter nach unten Okay Wo geht's jetzt weiter? Wo ist das Loch? Hallo Grey Ich hab keine Ahnung Vermutlich da oben Ja, da ist es Was? Wo? Ich muss da oben rüber über die Kristalle oder an der Seite hoch Ach, da hoch? Ach du Scheiße Okay Ja, das hat mich viele Schläge wieder gekostet Meine Fresse Elf Ja du auch Elf Dann ist in Ordnung Ich bin ja hier schon fünf hinten dran Okay, das war zu doll Ja, ich schließe mich dem an Das Licht Oh Gott Okay, das war dumm Wo müssen wir denn hin? Wie müssen wir hin? Nach oben und diagonal Oh geil Und ich lich genau am Rand Ja Und dann kommen Geister Auch noch Oh nein Ah Oh, das war der richtige Weg So wie es aussieht Ja, war's Okay Ich bin falsch gelaufen Aber Ah Guten Tag Geh weg Hab dich natürlich nicht rausschießen können Guck, guck Schlag verballert für nichts Und nochmal nicht hier hingekommen Da oben ist es Ja Danke Oh, da wäre ein Loch gewesen Zum Abkürzen Jetzt müssen wir durch die Spiralen Gehen sie mal weg Ich stehe mir im Weg Das war nicht nett Das ist ein Schlag Der auf meine Kappe geht Nicht auf deine Das ist wohl wahr Aber ich bin jetzt wieder eins hinten dran Oh, ich hab's wieder nicht erwischt Das blöde Loch Mal abkürzen Nein, ich schaff's nicht bis hoch Okay Kürchen öffne dich Er ist drin Und ich natürlich nicht Genau gleich viele Schläge So komme ich nicht näher Habe ich nichts gegen Ja, ich schon Ach, du glaubst es nicht Ach doch Glaubst Nicht so weit Nicht so weit Langsam Deine liebe Taube Und mach keinen Blödsinn Ach Mann Musst du immer genau so viele brauchen wie ich Dann komme ich nicht näher Kannst du auch mal mehr brauchen als ich Geht dagegen Das war zu doll Ja, schließe ich mich an Irgendwie war das nicht richtig Ah, da ist ein Weg Ne, ist es nicht Ach, da hinten muss man hin Wo hinten? Ach, ganz hinten in der Ecke in der Burg Da unten ist ein Platz Wo ist die Flagge? Woanders Ich brauche noch mehr Schwung Jetzt die Frage Muss ich nach links oder nach rechts rum? Gehen wir nach unten Ich weiß es nicht Hallo Grey Wo hüpfen sie denn rum? Ich habe keine Ahnung Keine Ahnung Ob man hier rein muss? Wahrscheinlich Ja, du musstest da rein Dieses Spiel ist seltsam Ja, ist es Vor allem wenn man nicht weiß, wo man hin muss Ja, aber das ist das Lustige an dem Spiel Ja, gut, das auch Du hast eine 15 Sekunden Freecam Genau, eigentlich Ja, schon, aber Bringt nur nicht so wirklich Aber wenn ich mir diese Level ansehe Dann sind 15 Sekunden nicht ausreichend Um zu gucken, wo ich hin muss Das ist richtig Das ist richtig Nein, 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 nein So, diesmal bin ich drüber Ich auch Ich habe nur keine Ahnung Wo oben und wo unten ist Oh nein Äh, bevor das Ding nicht mehr da ist Aber Grey hat natürlich wieder die gleiche Anzahl an schlägen Ich habe schon neun Punkte hinten Hören Sie auf Grey Wo müssen wir Oh Gott, da oben müssen wir hin Ich will auch rein Ich will auch rein Ja Ich habe es gerade zurück geschafft Also ich habe sogar einen mehr gebraucht Kann doch nicht wahr sein Oh Schiebung Ey, du hast geübt Gibst zu Ach, wenn das mal so wäre Meine Aufgabe habe ich mir selbst gesetzt Immer unter die Top 3 zu kommen Und wenn dann viele mitspielen Dann habe ich gelitten Und wenn wir zu zweit sind Habe ich gewissens gewonnen Dann schaffe ich es Wo, 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 war Wie, wo, war Wo, wo müssen wir hin Oh, Leu Nach da oben Aber wie kommen wir nach da oben Mit dieses Ding da oben rein Oder auf der anderen Seite hoch Oh, ich sehe es Ja, wir müssen in dieses Ding da oben rein Bin ich da unten durch? Nein Ja, doch Kann ich Aber Vor allem ist es nur in den richtigen Schwung Der da? Fuck Nein Der nicht Kann ich einfach springen? Nope Das war es wieder nicht Ah, fast Boah, zu viel Das gibt's doch nicht Das ist nochmal mit dem Ehrlich, du bist drin? Keine Schläge übrig Ah, okay Wollte gerade sagen Ich mache mich jetzt nicht schwach Habe ich noch eine andere Option? Vielleicht kann ich über die Seite so Versuchen wir mal was anderes Ne, das war Das war ein Schlag Für die Füße Ich habe vier Schläge gut, ne fünf Vier Schläge gut gemacht Sind nur noch sechs Schläge Ah Zwei Auf jeden Fall Erst mal Karussell fahren Würde ich sagen Wir spielen gerade Teilchenbeschleuniger Oh, Tails Na ja, da drüben saß er Das Knuckles Da kommt gleich Sonic Äh Ehrlich? Das war nur ein In der Ansehungstour? Ja A Sightseeing-Tour Och, gemein Okay Du hast gewonnen Okay Gott Also im Endeffekt Eine Maximal zwei Runden Schafft man Maximal zwei Runden Äh Wirklich beenden die Wenden Okay Was habe ich denn beim Golfen drin? Äh 1D Ja 2D 4 durch 2 Ja im Endeffekt zwei Runden Dann Ich mache das Anderste Ich mache es als Aufgabe Ich komme einmal unter die Top 3 Nein, ich mache einmal unter die Top 1D6 12 können spielen Ne, 1D12 1D12 Einmal unter die Top 1D12 Und wenn bestochen wird, kommt eine 1 dann Erfreut sich Sly Dann darf er nämlich was umprogrammieren Weil bis jetzt zeigen die Augen dann eben das Maximum Dann müsst ihr es hier das Minimum zeigen 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 Dann müsst ihr es hier das Minimum zeigen